Hi, ich bin Leo und jetzt geht's los mit dem Campus Quiz. Dafür habe ich hier Michael. Michael, was studierst du? Lehramt für Gymnasien. Deine erste Frage. Was wird an Weihnachten gefeiert? Die Geburt von Jesus Christus. Ja. Wann wurde zum ersten Mal Weihnachten gefeiert? Keine Ahnung. 600 nach Christus oder so. Ja, das ist eine schwere Frage. Es wäre im vierten Jahrhundert gewesen. Woraus wird Marzipan gemacht? Mandeln. Ja. Aus welchem Land stammt die Pflanze der Weihnachtsstern? Aus dem asiatischen Raum vielleicht? Es wäre Mexiko gewesen. Wie viel Prozent Alkohol muss Glühwein in Deutschland mindestens enthalten, damit er Glühwein genannt werden darf? Zehn Prozent. Fast. Es wäre sieben Prozent gewesen. Und die letzte Frage. Nenne die Namen von zwei Rentieren des Weihnachtsmann. Rudolf. Vielleicht Elke oder so. Also Rudolf ist schon mal richtig. Es wäre zum Beispiel Dasher gewesen. Danke dir auf jeden Fall, dass du bei unserem Weihnachtsquiz mitgemacht hast. Bis zum nächsten Mal.